Also eine kleine Vorstellung von mir, ich heiße Lolita Morena, ich bin in Italien geboren, ich wohne in der Schweiz, ich liebe überall Tiere und ich moderiere auch Sendungen mit Tieren zusammen, also in den Sendungen gibt es Tieren und ich bin auch eine Kündin von VisiLab. Also bei den Frauen, das ist immer wichtig, wie schön die Brille ist. Für Sonnenbrille habe ich gern, wenn sie groß sind, aber für Sehbrille, es ist für mich wichtig, dass sie gut zum Gesicht passen, deswegen ich mag, wenn sie sehr leicht sind und deswegen wähle ich immer eine Montur Titan Light aus. Für mich, ich glaube, diese Liebe für die Tiere ist gleichzeitig mit mir auf die Welt gekommen. Sie sind sehr wichtig für mich, das sind Lebewesen, die man respektieren muss, ganz genau wie Menschen oder auch Wälder oder alles, was unsere Erde, unsere schöne Planete uns geschenkt hat. Was diese Hunde speziell macht, ist, dass sie ein Lebenspartner sind für Leute, die einen Handicap haben. Und für mich ist das sehr wichtig, man sollte diese Hunde nicht als Instrument sehen, aber als Lebewesen, die einem wirklich etwas ganz Spezielles mitbringen. VisiLab hat auch viele Kunden in der deutschen Schweiz und zu diesen Kunden möchte ich sagen, wenn sie jetzt eine neue Brille brauchen, müssen sie sie unbedingt kaufen, weil wir machen etwas ganz Tolles, finde ich. Wir geben einen Teil von der Summe, von der Brille zurück an der Stiftung Schweizerische Schule für Blinden, für Hunde. Also bitte, ich zähle auf Sie. WisiLab feiert einen wichtigen Geburtstag, eigentlich 25 Jahre. Also alles Gute zum Geburtstag, WisiLab.